Herzlich willkommen bei AV Sparlinger. Wir haben heute eine Neuigkeit, die wir euch gerne zeigen möchten. Das ist der neue REGA 3 ND. ND steht für eine neue Serie Pickup von REGA, die mit Neodym ausgestattet ist. Hier sehen wir schon diesen neuen P3 in Eiche und das gibt so ein ganz stimmiges Konzept mit Plattenspieler und Zelle. Die ist ganz frisch erhaltlich, neu bei uns auch bestellbar auf dem Shop und wir haben ein kleines Video gemacht, ein Unpacking und kurze Installation und dann geht es gleich los mit dem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018